hallo meine lieben meine freunde und herzlich willkommen bei x-blended wieder schon nach langer pause ja ich hab gestern durchgespielt bis die stelle wo wir waren letztes mal ich hoffe das war wir alles mal und ja ja mein Gott Oh, scheiße, das war schon ein bisschen scheiße zu besiegen, aber haben wir geschafft. So, Leute, ich gehe weiter, haben wir ein bisschen nicht geredet, aber ich bin ja gerade aufgeschrieben, muss ich mich abwachen, wachen, 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 so, nächste Runde, oh, what the hell, es ist aussichtslos, nichts kann die Finsternis aufhalten. Doch ich, ich werde es versuchen. Selbst der Tod hält mich nicht auf. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Dann los. Eingebildet. Ja, dieser fucking... Ah. Woah. Der fucking... Oh, dieser fucking Eis. Oh, Junge. Es ist so nervig. Entge... Entgegen aller Zeiten. Ja, glaubst du das? Scheiße. 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 Hat ein Fehler gemacht? Feierab. Muss ich den da aber erstmal besiegen. Also... Also... Scheiße. Vielleicht bitte ich mich noch... Scheiße. Ja, toll. Ja, toll. Gib dir. Ja. Endlich. Geil. Bauche. atch out. Bauche. Bauche. Das ist schlecht. Ja, aussieht. Das ist schlecht. Aufwand. Bauche. Na. Da. Da. Du bist gut. Da. Oh nein, was habe ich nur getan, doch könnte ich doch nochmal neu anfangen. Ok, Oh, ok, Neue Begin, Also Leute, das war es für diese Let's Play, wir sind fertig, das war die allerletzte Folge und bis nächstes Mal, ciao.